Digitale Transformation, Industrie 4.0, Agilität. Die Liste der Buzzwords ist lang. Jeder sagt etwas dazu, aber die wenigsten Experten geben konkrete Lösungsansätze vor. Wir als Softwareanbieter sind sicher, dass trotz zunehmender Digitalisierung Technologie alleine nicht der Schlüssel zum Erfolg ist. Damit Ihre Organisation das volle Potenzial entfalten kann und die digitale Transformation gelingt, brauchen Sie ganzheitliche Lösungen. Wir bei Haufe Omantis sprechen dabei von einem dreidimensionalen Ansatz, welcher die Faktoren, Prozesse, Tools und vor allem Ihre Mitarbeiter vereint. Meine Kollegen und ich wünschen Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung und freuen uns auf einen wertvollen Austausch.